Wir wollen uns heute mal anschauen, wie du deine eigene Wunsch-Domain kaufen kannst und was du dabei beachten musst. Ich habe hier auf meinem Kanal sehr viele Videos, wo du Domains kaufen kannst, zum Beispiel bei Strato, bei IONOS, bei United Domains. Und jetzt habe ich die alle einmal ausprobiert und ich möchte dir A sagen, was der beste Weg ist, nicht unbedingt der beste Anbieter, weil die tun sich tatsächlich gar nicht so viel. Aber es gibt so ein paar Sachen zu beachten. Und ich werde häufig gefragt hier in den Kommentaren, kann ich meine Domain dort kaufen oder muss ich die dort kaufen, wo ich meine Webseite erstelle? Also zum Beispiel, du nimmst jetzt so einen Homepage-Baukasten wie Wix daher oder Jimdo und baust dir dort eine Webseite. Musst du jetzt die Domain dort kaufen oder kannst du auch bei Strato eine kaufen? Die Antwort darauf, nein, das ist unabhängig voneinander. Du kannst die Domain später einfach mit deiner Webseite verbinden. Aber das zeige ich dir in einem anderen Video noch. Das geht relativ einfach, ist aber mit Aufwand verbunden. Genau, deswegen empfehle ich ganz gerne immer, wenn du jetzt weißt, okay, ich baue meine Webseite mit Jimdo oder mit Wix, dann solltest du auch einfach dort die Domain kaufen. Weil eine Domain kostet meistens so zwischen 10 und 20 Euro pro Jahr. Also die Kosten sind so relativ verschwindend gering. Wenn man es auf einen Monat rechnet, ist es ein oder zwei Euro. Und dann musst du das eben nicht austauschen, weil dieser Austausch, der dauert schon auch eine Stunde, wenn man das noch nie gemacht hat und kann auch zu Fehlern führen. Deswegen empfehle ich immer ganz gerne, wenn du weißt, wo du deine Website oder deinen Online-Shop baust, mach das einfach dort. Aber du kannst natürlich auch deine Domain auf so Marktplätzen wie Strato oder Ionos kaufen. Das hat den Vorteil, dass du für das erste Jahr meistens ein günstigeres Angebot bekommst. Und diese Marktplätze haben alle Domains. Also du bekommst da nicht nur so die gängigsten Top-Level-Domains, so das .de, .com, sondern du bekommst da auch .berlin, .hamburg, .köln oder neuerdings gibt es auch .gmbh oder .shop. Also du hast eine ganz größere Variation an Domain-Endungen. Ja, bevor es jetzt weitergeht, ich verlinke dir unten alles in der Beschreibung, also meine Lieblings-Homepage-Baukästen für Webseite und Shop und auch meine favorisierten Domain-Kaufplätze, also wo ich meine Domain an deiner Stelle eben kaufen würde. Bevor ich dir das am Beispiel von Strato zeige, würde ich dir aber gerne noch erklären, was eben bei so einer Domain zu beachten gilt. Also was müssen wir beachten, bevor wir so eine Domain kaufen. Dafür einmal gehen wir hier an den PC und ich zeige dir ein paar Folien dazu. Ja, ganz vorab brauchst du natürlich eine Domain mit einer Endung. Also du siehst hier, es gibt so Top-Level-Domain-Endungen. Zum Beispiel .com haben hier über 82 Millionen Seiten in der Welt einen mit .com. Danach kommt tatsächlich schon deutschland.de mit 13,05 Millionen. Also es hat mich auch gewundert, dass es so viele DE-Domains gibt. Dann kommt China, was irgendwie verständlich ist, wohnen viele Leute, dann .net, .uk und hier kommt schon auch Holland. Also die sind auch gut dabei. Genau, ich würde dir immer empfehlen, wenn du in Deutschland bist, nimm eine DE-Domain. Das ist nämlich so eine sogenannte Top-Level-Domain. Das hat vor allem den Vorteil, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich bin die Schreinerei Schmitz. Dann weiß jeder, da gehört ein DE dahinter. Leider war meine DE schon weg. Deswegen ist meine Webseite hier zum Beispiel julianweber.digital, weil ich digitales Marketing mache. Deswegen dachte ich, ist das ganz passend. Aber mir wäre tatsächlich lieber, wenn dann .de hintersteht, weil dann wüsste auch jeder, wenn ich jemandem sage julianweber.de, dass er ein www davor setzen muss, weil es eine Adresse ist. Ja, neuerdings gibt es auch so coole Domain-Endungen wie .berlin, .köln, .hamburg, so lokale Domain-Endungen. Oder wenn du jetzt weißt, du machst einen reinen Online-Shop, kannst du auch einen .shop oder einen .store nehmen. Ja, das zum Thema Endung. Jetzt gibt es natürlich aber auch andere Sachen zu beachten. Also eine Domain sollte immer möglichst kurz und einprägsam sein. Warum? Ja, weil eben, du willst jetzt nicht einen ganz langen Namen haben, den Leute dann oben irgendwie in dem Suchfeld eingeben müssen. Und am besten sollte das auch auf eine Visitenkarte passen. Und es sollte konstant bleiben. Also eine Domain, wenn du die einmal hast, sollte die bleiben. Also ich rate davon ab, dir irgendwas auszudenken und dann zu sagen, ja, im halben Jahr hole ich mir eh wieder eine neue. Macht man mit Domains eigentlich nicht. Das bleibt. Gerne, wie gesagt, eine bekannte Top-Level-Domain-Endung nehmen, .de oder .com. Warum? Jetzt werde ich häufig gefragt zu Bindestrichen. Also Bindestrichen in Domains sind auch okay, aber wenn es geht, nur einen. Also ich würde da jetzt nicht irgendwie Bindestrich, Bindestrich, Bindestrich machen, weil das sieht doof aus und eine Domain soll immer schön kurz und prägnant sein. Was man auch machen kann, ist die Keyworder in die Domain einbinden. Das hat man früher für die Suchmaschinenoptimierung regelmäßig gemacht, aber es hat auch einen Grund, weil nicht nur sagt das Google, worum es geht, sondern auch eben deinem Nutzer. Ein gutes Beispiel ist schreinerei-weber.de. Dann weiß jeder, okay, das ist eine Schreinerei, die gehört dem Weber und .de, die ist in Deutschland. Das hilft einfach, anstatt jetzt so einen Kunstnamen auszudenken wie, weiß ich nicht, bretta24.de oder so, weiß jeder, okay, bei einer Schreinerei geht es um eine Schreinerei, die gehört dem Herrn Weber und die hat einen Punkt.de dahinter oder vielleicht sogar einen Punkt Köln oder einen Punkt Berlin, dann weiß jemand direkt, wo die ist. Und das Spiel kannst du eigentlich mit vielen Sachen machen, zum Beispiel mit Steuerberatung-müller.de, Bäckerei-schmitz.de. Also das funktioniert immer und du hast immer dieses Keyword mit drin. Und eine Sache ist noch, zum Beispiel, wenn du jetzt jemand bist wie ich, so ein Influencer oder YouTuber, wie man das nennen will, oder du bist ein Personal Trainer oder ein Coach, dann nimmt man ganz gerne auch schon den vollen Namen. Das ist so ein Trend aus den USA. Ich weiß, man hat da so ein bisschen Berührungsängste wegen Datenschutz und so mit oder wegen Anonymität, aber oft ist es halt so, dass Leute mit ihrem eigenen Namen auftreten, weil da muss man sich nicht noch die Brand, also die Marke dazu nennen. Also zum Beispiel, ich heiße jetzt Julian Weber und du weißt, okay, das ist der Julian Weber und ich denke mir jetzt halt nicht noch irgendeinen Firlefanz aus, sondern ich bin der und unter dem Namen läuft das hier und dann musst du dir eben nur diesen Namen merken. Das kann ich immer nur empfehlen, weil dann merken sich die Leute, man kennt Namen, man merkt sich Namen gerne und dann merkt man sich eben auch deine Domain und Leute rufen das auf. Ja, das sind so ein paar Sachen, die man bei Domains beachten kann. Da gibt es sicherlich noch viele, viele mehr, aber wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie wir so eine Domain kaufen würden. Wenn du auf den Link unten in der Beschreibung geklickt hast, dann landest du zum Beispiel hier auf Strato und hier kannst du jetzt nach deiner eigenen Domain suchen. Ich würde jetzt hier einfach mal juliansdomain.de eingeben und gucken, ob die noch frei ist. Genau, jetzt wird mir angezeigt, die ist noch frei und jetzt kann ich wie in einem Online-Shop die mir hier einfach hinzufügen. Ich könnte mir zum Beispiel auch noch direkt die .com-Domain sichern, falls ich irgendwann mal international expandieren will. Dann klicke ich auf Weiter und dann machen die meisten Domain-Anbieter das relativ geschickt. Die bieten dir noch das Hosting an oder einen Homepage-Baukasten. Hosting ist, wenn du jetzt zum Beispiel zu deiner Domain die Seite mit WordPress erstellen möchtest. WordPress ist ein Content-Management-System. Das wurde früher vor allem immer empfohlen. Ich empfehle mittlerweile, wie gesagt, den Homepage-Baukasten von Wix hier. Link in der Beschreibung. Genau, Hosting wäre einfach, du kaufst einen Serverplatz und auf diesem Server wird für dich deine Webseite installiert mit WordPress. Und mit WordPress kannst du die Inhalte, also die Bilder und die Texte verändern und deine Domain zeigt dann da drauf. Wie gesagt, hat man früher gerne gemacht. Ich finde, also macht man heute immer noch, aber ich finde das für Anfänger immer relativ kompliziert, weil WordPress ist so ein Riesending, was man irgendwie beherrschen muss. Und ja, ich empfehle da meistens immer einen Homepage-Baukasten. Strato bietet dir hier auch den eigenen Homepage-Baukasten an. Dazu mache ich vielleicht auch nochmal ein Video. Aber ich habe schon gesehen, das ist so eine White-Label-Lösung. Sprich, irgendeine andere Firma entwickelt den und die verkaufen den einfach nur mit. Kannst du dir jetzt ungefähr ausrechnen, wie gut der sein wird. Aber wie gesagt, ich schaue mir den auch mal neutral an und erstelle damit mal eine Seite. Aber ich habe, wie gesagt, bin ein großer Fan von dem Homepage-Baukasten von Wix. Ich habe sogar hier auf meiner Webseite ein eigenes Online-Coaching nur zu diesem Website-Baukasten von Wix gemacht und habe das Ganze sogar auch mit Wix erstellt. Also du kannst selbst so Online-Kurse und alles mit Wix verkaufen. Das ist nur mal am Rande. Kannst du dir gerne unten in den Links findest, unten in der Beschreibung findest du die Links dazu. Genau, also Hosting, Homepage-Baukasten brauchen wir erstmal, wenn wir ein Domain haben, nicht. Wie gesagt, du kannst die Postfächer noch darüber kaufen. Die kannst du auch allein nur über Strato verwalten. Das ist eine super Sache. Oder du sagst, ich kaufe einfach nur die Domain. Und dann gehst du hin, kaufst einfach nur die Domain, klickst auf Weiter. Die kostet jetzt hier in so einem Log-Angebot 60 Cent für ein ganzes Jahr. Aber danach geht es dann weiter mit einem Euro pro Monat, das ist der Standardpreis. Und dann zahle ich eben auch 12 Euro. Wie eingangs gesagt, eine Domain kostet immer zwischen 10 und 20 Euro. Du kriegst auch hier sogar ein Postfach dabei. Mit 2 GB Speicher, das ist gar nicht so schlecht. Genau, du würdest jetzt die Domain einfach kaufen. Ich habe das Ganze natürlich für euch schon mal gemacht. Ich habe hier juliansdomain.de für euch gekauft. Jetzt ist halt die Frage, jetzt haben wir die Domain gekauft und was kann ich damit machen? Du findest auf meinem Kanal alle Videos nochmal im Detail. Du kannst entweder jetzt hier hingehen und dein E-Mail-Postfach anlegen. Dafür würdest du, das habe ich hier schon gemacht, also du würdest einfach hier auf Neu anlegen. Und dann kannst du eben zum Beispiel Info-Ad oder Kontakt-Ad oder Buchhaltung-Ad hier anlegen. Und kannst dann, wenn du auf das Postfach bearbeiten gehst, kannst du dir hier auch noch die Posteingangs- und Postausgangsserver geben lassen und das Ganze dann mit Outlook oder Google Mail oder Web.de oder so verbinden. Dann könnte jemand, der zum Beispiel jetzt an meine neue Domain, an info-ad-juliansdomain.de eine E-Mail schreibt, die würde dann direkt bei mir in Outlook landen. Super Sache. Das kannst du einrichten, E-Mails, also E-Mail-Postfächer. Und jetzt haben wir aber die Domain und jetzt wollen wir auch die Domain verwalten. Hier kannst du dann erstmal dein SSL-Zertifikat aktivieren. Da klickst du einfach auf Aktivieren und dann aktiviert sich das. Dann kannst du hier auf das Rad klicken. Das ist immer ein Zeichen für Einstellung. Und dann kannst du hier zum Beispiel Subdomains eingeben. Das hat den Vorteil, also Subdomain, wenn du jetzt juliansdomain.de hast, kannst du sagen blog.juliansdomain.de oder shop.juliansdomain.de. Das ist sozusagen ein Unterverzeichnis. Und die können dann einzeln auch auf verschiedene Sachen weiterleiten. Du könntest den Trick machen, dass du unter deiner Domain, zum Beispiel jetzt bei mir julianweber.digital, die Webseite ist mit Wix gebaut. Und ich könnte jetzt aber auch einen Shop bauen mit Shopify und könnte dann shop.julianweber.digital auf Shopify verweisen. Das kann ich einfach machen, indem ich hier so eine Subdomain anlege. Und du kannst dann hier entweder eine Umleitung einrichten. Das ist einfach so eine stumpfe Weiterleitung. Oder wenn man jetzt sowas macht wie shop.julianweber.digital mit Shopify verbinden, macht man das über einen sogenannten DNS-Eintrag, also den Domain-Name-Server austauschen. Da muss man hier so einen A-Record austauschen und den C-Name. Und dann funktioniert das. Dazu habe ich, wie gesagt, auch ein Video gemacht. Klingt immer ein bisschen kompliziert, gibt aber auch so einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen von jedem Anbieter und dann kann man das relativ schnell machen. Genau. Das sind so ein paar Sachen, die du jetzt mit der Domain machen kannst. Also erstmal SSL-Zertifikat aktivieren, dann kannst du eine Weiterleitung einrichten. Und ganz cool hier, du kannst eben hier unter Strato auch deine E-Mail-Postfächer verwalten und eben deinen Mitarbeitern oder dir selbst eben einzelne E-Mail-Postfächer angeben und die dann eben auch auf deine Visitenkarten drucken. Das kann man so im Groben und Ganzen mit einer Domain machen. Wie gesagt, es gibt super viele Anbieter da draußen. Ich würde jetzt dir empfehlen, wenn du eine spezielle Domain haben willst, gehst du einfach zu Strato, gerne über den Link unten. Und wenn du jetzt aber weißt, okay, ich will einen Online-Shop haben, dann kann ich dir empfehlen, leg einfach direkt mit Shopify los. Da habe ich auch ein Tutorial zu gemacht. Und im Prozess wird dir dann irgendwo vorgeschlagen, hey, hier übrigens, du musst ja noch eine Domain kaufen. Und gleiches auch mit Wix. Also einfach zum Beispiel mein Tutorial zu Wix schauen, dann dich dort anmelden und im Laufe dessen einfach die Domain kaufen, weil dann hast du nicht diesen ganzen Stress, indem du die Nameserver und so weiter austauschen musst. Wenn du jetzt aber noch unsicher bist und du hast eine klasse Idee und willst dir erstmal die Domain nur sichern, dann wie gesagt Strato oder auch Jonas, beide unten verlinkt. Und ja, gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn du Fragen hast, einfach unten in die Kommentare. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören.